Das ist ja wieder so ein schnell schießendes Schiff, da kann ich doch nicht in Ruhe rauchen. Ja, okay, ich hab Probleme. Naja, das geht ja noch. Hier auf der Karte fährst du nicht gerne nach unten, hast du gesagt, ne? Kann man ja mal nach oben fahren, hast du eigentlich Hydroakustik oder die Flugabwehr dabei? Hydro, Hydroenradar. Ich würde natürlich auch die Kit fragen, ob du es in B Nebel machst, ich komme auch nach sehen. Ach, dass immer die Zerstörer so lange AFK sein müssen, als wenn es ein Schlachtschiff ist, was ihn mal ne Minute nicht bewegt. Aber immer die Zerstörer. Ja. Ach so Buki. Ja. 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 Du. 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 Die UF2 Die UF2 Gut, dass wir nicht runtergefahren sind Die UF2 Bleib Bitschi, noch Carolina. Noch Carolina wäre ich dafür. Ich auch. Noch einen. Die kriegt eine Macke. Ja, tritt auch ab. Ah, löscht er? Er fährt auch im Wandel 6. Nein, er tritt nicht ab. Er kommt näher. Er kommt her. Aber er kann nicht hier treffen, meine ich. Ah, tschüss. Komm Kato noch drüber. Oh, so eine Pappnase. Ey, ehrlich. Mann. Er hat nicht gesehen, was wir hier machen. Er ist doch schon durchgekommen. Oh. Schon. Darf ich das nicht? Ich wahrscheinlich auch nicht, denk ich mal. Könnt natürlich einfach reinfahren, ne? Könnt man. Könnt's auch auch lassen. Wenn du jetzt vorfährst, bist du offen. Ja, ja. Mach dich tot. Meiner. Meiner. Scheiße, ich hab nie abgeschossen. Meiner, bin er bei der Konkurrenz. Na da. Jetzt hab ich dir mehr Schaden. Pfff. Toll. Wo sind meine ganzen HP hin? Ich bin überhaupt nicht getreut. Ich war nicht einmal offen. Mit was hast du geschossen? Mit HE. Aber doch nicht. Ich hab 9000 HP weniger. Nein, nein. Der ist halt aufgeschossen schon. Ach ja. Jetzt hör mal her. Äh. Wissen wir, der Fubuki. Der steht doch schon die ganze Zeit einfach so. Ah, ich bin nicht geoffen. Der hält sich tapfer da unten. Wer ist denn eigentlich in B hier? Was so rader ist? Wann. Ne, ne. Werd ich mal, wa? Gleich. Gleich bin ich, ähm. Decke ich komplett B. Ja, ich hab B schon. Aber ich will nicht. Flugzeuge, pass auf. Ja, und schon sehen sie mich an hier. Gut, dann mach ich mal Radar an jetzt hier. Guck mal. Hat der gebracht. Da ist er. Ach guck mal, da ist noch einer. Ja. Kommt der. Kommt der. Kommt der. Kommt der. Kommt der. Kommt der. Ja, kommt er nach hinten. Er macht Nebel. Dann können wir uns reinstellen. Bisschen gemein ne, zweit nennt das irgendwo, eigentlich rein. Du fährst nicht rein. Wo ist denn der, ich seh den nicht. Der schenkt an der Insel. Ist er zu? Ja kommt jemand da auch. Ich will den haben, den will den haben. Guck mal da. Ja ich hab's auch schon gesehen. Ey wer schießt denn hier? Carolina. Guck mal da, ne? Okay, geht's dann. Ich habe noch einen Bomber. Ich habe noch einen Bomber. Boah, der kommt doch hier niemals durch mit seinem Flugzeug. Was versucht der denn? Bei uns. Versucht er, ist doch klar. Der gekidnet Atlanta und schafft er doch nie. Ja, aber er versucht. Ist doch sinnlos. Da ist noch Radar weg. Hier ist noch Nebel. Mach mal Hüttruhe bitte an. Habe ich gerade nicht, aber Radar kann ich mal. Ok, genau. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Er hat nur noch allein auf mich geschossen. Auf mich wohl auch. Deshalb bin ich da weg. Noch nicht. Oh, macht Benzen. Oh, und wie fette Rückwürze noch, Frau Leiner. Hm. Kommt's nicht hin. Haha. Du merkst den Träger. Ja. Ich hoffe er geht mal irgendwann auf. Ich komm schon mal im Flieger. Ich weiß was da. Ah, guck. Da ist er doch. Damit hast du jetzt nicht rechnet, gell? Mein Freund. Geh weg. 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 Dann so schlecht abgeschmissen. Oh, ne. Oh, 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 oh. Tüffchen geht Gas. Tüffchen, Tüffchen, Tüffchen. Oh, oh, klappt. Mach der Flugzeuge weg. Ah, flogen wir grad durchs Visier. Haha, das ist schon mal cool, gell? Das ist keine, schießt sie ab. Ja, danke. Wir haben andere Flugzeuge kriegst du. Nett. Wir holen noch so'n Fubuki da hinten noch hin. Klasse doch. Ja, ne, ich frag mich nur. Kann doch mal aber weh. Oh, Puh. Da mag ich fast getroffen. Ach, Mann, he he. Kaiser! Was? Problem grad. Kaiser! Hilfe! Aber die kommt hier nicht durch. Baut sich nicht. Oh, guck mal, jetzt schießt sie blind. Was ist das los? Oh, ich bin offen. Ja, hast du zur Störer da? Jetzt nicht mehr. Nee, jetzt bin ich wieder offen. Hast du Radar? Ich kann machen. Ich mach. Ich kann Radar. Ich hab's heute. Ich hab's nur auf, Mann. Ich hab's nur auf. Ich hab's nur auf, Mann. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versinkt. Wir haben einen neuen Zerstörer. Nein, die kriegen wir doch noch, oder? Ja, ja, sollte man tun. Ne, ne, schaffen wir doch nicht mehr. Nein. Schade. Ja, schade. Ha, endlich mal wir. So Punkte da. Na und? Bin froh über jedes Match, in dem ich besser bin als du. Ach, ich hab mehr Flugzeuge mehr. Kills.